Musik Grüß Gott, sehr verehrte Damen und Herren, wir sind heute auf dem Marktplatz in Eibelstadt und Eibelstadt Aktuell ist heute zu einem ganz besonderen Jubiläum hier und zwar zum 30-jährigen Bestehen des Kreisorchesters Würzburg. Neben mir jetzt Heinz Koch, erster Bürgermeister von Eibelstadt. Herr Koch, ich darf Sie erstmal begrüßen. Ja, hallo, Eibelstadt Aktuell. Ganz richtig. So, was erwartet uns denn eigentlich aktuell heute Abend? Ja, wir haben heute hier das 30-jährige Bestehen des Chorkonzerts mit circa 70 Musikern, dann das Heeresmusikkorps, das 50-jährige, das feiert heuer in diesem Jahr. Also es gibt bestimmt das Highlight des Jahres, was man kulturell hier überhaupt bieten kann. Wir haben gehört, am Ende soll es eine Überraschung geben. Darf man da schon was beraten oder lassen wir uns da wirklich überraschen? Ich glaube, wir lassen uns überraschen, weil ich habe das auch nur so am Rande erfahren. Okay. Wie viele Besucher erwarten Sie denn jetzt persönlich heute hier so auf dem Marktplatz in Eibelstadt? Na, ich rechne, wir haben jetzt hier so 1800 Sitzplätze aufgebaut und die werden mit Sicherheit voll bis 19 Uhr. Okay. Und wird das mit dem normalen Besucherstandard des Weinfests zu vergleichen sein? Oder ist das jetzt eigentlich an das Weinfest angebunden oder ist das eine Extraveranstaltung? Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir für das Weinfest des Morgen am Samstag, Sonntag und Montag stattfinden, dass wir hier die Bestuhlung, dass wir den Aufbau haben, dass wir den Marktplatz schließen haben können, Auto frei gemacht und dann haben wir gesagt, machen wir Freitag durch dieses Konzert. Das passt alles zusammen und wir haben dadurch natürlich weniger Aufwand und haben natürlich gleich das Glücksgefühl eines solchen Konzerts. Sehr gut. Dann darf ich Sie letztendlich noch fragen, auf was freuen Sie sich persönlich mehr? Auf das Militärorchester, sage ich jetzt mal so, oder auf das Kreismusikorchester? Ich glaube beides. Zum Schluss werden Sie ja beide dann zusammenspielen und ich glaube, das gibt den Höhepunkt des Abends. Ich denke es auch. Und damit haben wir ein bisschen was verraten. Eibelstadt Aktuell aus Eibelstadt. Das war Heinz Goy in einem Interview. Herr Koch, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Und dann werden Abläufe geprobt, sowohl bei Eibelstadt Aktuell als auch bei den Musikern. Schon zwei Tage vor dem eigentlichen Konzert bekamen wir einen kleinen Vorgeschmack auf der Generalprobe in Heidingsfeld. So sehr verehrte Damen und Herren, jetzt stehen wir vor der Bühne und neben mir der stellvertretende Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbunds, Markus Schenk. Herr Schenk, was erwarten Sie sich so von dem heutigen Auftritt? Ja, also Gott sei Dank ist das Wetter, spielt ja mit. Heute Morgen hat es noch nicht so toll ausgeschaut. Der Platz füllt sich langsam und wir werden heute ein paar Highlights erleben. Es spielt das Kreisorchester Würzburg zum 30-jährigen Jubiläum. Im Anschluss dann das Heeresmusikor 12 aus Pfeilzöchheim. Die haben heuer 50 Jahre Jubiläum auch. Und als Highlight heute abends bei leichter Abenddämmerung werden wir eine Serenade nochmal begehen mit den Spessart Highlanders, einer Dudelsack-Truppe aus der Aschaffenbäucher Ecke. Also ich freue mich riesig und ich glaube, es wird ein tolles Event. Das mit den Spessart Highlanders, das weiß aber hier auf dem Platz noch keiner, ne? Ja, das ist ein bisschen eine Überraschung. Es war klein auf dem Plakat gestanden, aber wir lassen uns überraschen. Aber wir sind aktuell genug, um es jetzt schon zu wissen. Yes! Okay, dann danke schön. Vielen Dank, ja. Jetzt sind wir im Rathaus in Eibelstadt. Lange haben wir ihn gesucht und jetzt haben wir sein Zimmer gefunden. Dort oben ist es, das Zimmer des Oberstleutnant Zenglein. Hoch geht's. Und zwar werden wir den verehrten Herren jetzt mal fragen, wie es denn eigentlich so läuft heute mit dem Heereskorb aus Pfeilzöchheim. Klopfen wir am besten mal. Und schauen, ob er da ist. Grüß Gott, Eibelstadt Aktuell. Wer ist denn der Herr Zenglein? Herr Zenglein, grüß Gott, Maximilian Gubaner mein Name. So, ja genau. So, Sie sind der Dirigent des Heeresmusikkorbs aus Pfeilzöchheim. Richtig, ich bin der Chef, offiziell, liebe Zeichen des Chef des Heeresmusikors, 12. Okay, gut. Was dürfen wir denn von Ihnen heute so erwarten? Also wir bringen ein kompaktes Programm mit der Mischung, was man vom Militärorchester erwartet. Wir haben auch den einen oder anderen Marsch, aber natürlich nicht nur. Wir haben ein symphonisches Werk, was zu unserem Jubiläum passt. Wir haben ja auch ein Jubiläum, ja, ein Doppeljubiläum, was wir heute feiern, 50 Jahre her, das Musikkorb 12. Und da haben wir die Golden Festival, Overture heißt es, also goldenes Jubiläum, Golden Festival. Und ein bisschen Unterhaltungsmusik dabei, auch modernerer Art, südamerikanisch etc. Ja, da gibt es ja heute einiges zu feiern. Wir haben schon gehört, am Ende gibt es noch eine Überraschung. Wie äußern Sie sich dazu oder sind Sie da auch dabei? Ich bin auch dabei, ich bin auch beteiligt als Dirigent von einem der Werke, die am Schluss gespielt werden. Und da kommen mal Instrumente zum Zuge, die man hier in der Region sonst nicht so oft hört. Okay, da freuen wir uns sehr drauf und dann danke ich Ihnen erstmal für das kurze Interview. Danke. 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 Bye. Musik 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 Applauds Ready? Five strokes. Fire on the right. Quick march! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 Vielen Dank. Quick, march! 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 Natürlich die Highlander. Ja, die Dudelsack-Menschen. Ja, war fast ein bisschen schade, dass sie zu wenig gespielt haben, aber ansonsten sehr schön. Haben Sie dann auch selber eine persönliche Bindung zu Schottland oder gefällt Ihnen die Musik einfach so? Musik an sich. Okay, ja gut, dann wünsche ich Ihnen beiden einen schönen Abend und dann wiedersehen. So, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Lothar Huthöfer und ich wohne seit 1999 in der Eipelstadt. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wie hat Ihnen der Abend gefallen? Sehr schön, eine herrliche Atmosphäre, wunderbare Musik und vor allem dieses Publikum war sehr begeistert. Und jetzt sitze ich am Tisch mit ein paar, woher kommen Sie, Hamburgern? Nein. Woher kommen Sie? Aus Fulda. Aus Fulda, das ist ja fast fremdes Ausland. So, ja und wie haben Sie sich den weiten Weg hierher rentabel gemacht? Ja, das kommt über unseren Bischof, der ja hier in Bamberg ist, der früher in Fulda war. Und er hat gesagt, wenn Ihr mal was richtiges erleben wollt, kommt nach Eipelstadt, das Weinfest und da kommen wir hin. Wenn man was erleben will, kommt man nach Eipelstadt. Ja, kommt man nach Eipelstadt. Und wenn man das hinterher sehen will, muss man wohin? Ja, wieder hierher kommen. Bei welchem TV-Sender kann man sich das angucken? Ja, bei Eipelstadt aktuell. Genau, das erfährt man ja. So, ich würde sagen, wir stoßen alle nochmal zusammen an. Die Gläser hoch und dann würde ich sagen, Prost, der verehrte Damen und Herren. Alle in die Kamera, Prosten. Prost. Vor allem bei dem tollen Wetter, wir kommen wieder. Genau, hätte ich auch gesagt. Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017